Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Battle for Waxnot. Das ist jetzt die zweite heutige Folge, Assassin's Creed ist schon auf YouTube, später kommt noch Mass Effect und Black's Fazit für euch. Aber wie schon bei Assassin's Creed sage ich es auch hier, es könnte gut sein, dass heute mehr als die vier Folgen kommen. Außerdem ist es eine verkürzte Folge, sie geht statt einer halben Stunde nur 20 Minuten. Beim letzten Mal haben wir die Geschichte der zwei Brüder abgeschlossen, wir haben den orgischen Kriegsführer Tairach getötet und seine Armee besiegt. Hatten einen sehr schönen Abschluss, die Brüder haben wieder zueinander gefunden und heute starten wir eine neue Kampagne. Es gab leider in den Kommentaren jetzt nichts, bis zur nächsten Kampagne. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einfach mache von den niedrigsten zu den höchsten Szenarien. Das heißt, wir nehmen den Einmarsch der Orks, glaube ich. Ich schaue nochmal. Ja, wir nehmen den Einmarsch der Orks, verteidigt die Wälder der Elfen gegen die ersten Orks, die den großen Kontinent erreichen und er lernt dabei wertvolle Taktiken. Sieben Szenarien, aus drei Szenarien mehr als die Geschichte zweier Brüder, die hatten wir auch im Vorhang bekommen damals. Ja, diesmal nehmen wir, würde ich sagen, Baronen, das ist auf normalen Stand, weil hier gibt es gleich mittelschwer und beim letzten Mal hatten wir sehr einfach mit Reiter, das war nicht zu leicht, deswegen, okay. Mal sehen, ob wir Liara wieder treffen, könnte ja möglicherweise sein und wen wir bekämpfen dürfen. Das klingt halt jetzt sehr nach Orks, aber vielleicht gibt es ja auch andere Gegner. Aber wir gucken einfach mal, was wir machen können. Oh, ist ein schönes Anfangsbild hier schon mal. Als Menschen und Orks den großen Kontinent erreichten, versetzte dies die Ureinwohner in helle Aufregung. Zwischen der Elfen, Zwerge und anderen Rassen hatte zuvor ein unsicherer Friede geherrscht, welcher in den letzten Jahrhunderten nur durch einige Scharmütze getrübt wurde. Niemand hätte vermutet, dass die Ankunft der Fremden zu einer Reihe von Konflikten führen würde, die in ihrem Umfang eine lange vergessene Intensität annehmen sollten. Okay, ist schon mal interessant, dass Zwerge Ureinwohner sind, Menschen aber nicht. Und Orks scheinbar auch nicht. Gut zu wissen. Die erste Begegnung mit den Neukömmlingen verlief für beide Seiten schlechter als gehofft. Menschen besaßen zumindest einen Funken von Anmut und Charakter, wenngleich grob und unbeholfen. So genügte es den Elfen, um sie als Wesen derselben Natur anzuerkennen. Nicht so jedoch die Orks. Ja, wir wissen es vom letzten Part, vom Abspann bei den zwei Brüdern, dass die meisten Elfen sehr arrogant sind. Und hier sieht man das schön. Menschen, die groben und unbeholfenen Waldschrate quasi. Oder sagen wir mal Barbaren. Nicht unbedingt Waldschrate, aber Barbaren. Ja, und Orks stehen halt noch schlechter da, das ist klar. Für einige Jahre nach der Ankunft Haldricks blieben Sichtungen von Orks eine Seltenheit. Nicht mehr als ein harmloses Gerücht in den grünen Wäldern der Elfen. Bis zu jenem Tag, als Erlornas, ein Elf aus einem alten Arztgeschlecht, auf einen bis dahin unbekannten Gegner traf. Die Orks wurden zuerst in den nördlichen Sümpfen im großen Wald von Westmeer gesichtet. Okay, da werden wir bestimmt gleich hinreisen. Verteidigt den Wald. Erste Mission. Die ist hier in der Nähe von, wer hätte es gedacht, einem Wald. Das war ja klar. Okay. Wir spielen wahrscheinlich den nächsten Kundschafter. Der Lomafell. Eine Gruppe von Kreaturen hat im Norden ein Lager aufgeschlagen und verwüstert den Waldmannfürst. Unsere Speer glauben, dass es sich um Orks handelt. Ah, und hier ist der Erlornas. Ja, das ist der, den wir gesehen haben. Ein Elfenbaron. Mit Schwert und Feenfeuer als Magie. Interessant. Das ist der, den wir gesehen haben, auch im Kampagnenbild. Orks. Das erscheint mir wenig glaubhaft. Diejenigen, die den Menschen hergefolgt sind, wurden von Halterin ihrem König erschlagen. Seither bevölkern Orks nur noch die Schauergeschichten, die man Kindern erzählt. Hm. Ein sehr skeptischer Elf, finde ich. Interessant. So schien es zumindest, mein Herr. Doch gerade in diesem Moment befindet sich eine Bande von ihnen im Norden und rückt im Wald mit Äxten zu Leibe. Das gesunde Holz dient ihnen anscheinend nur als Brennstoff. Sie machen sich nicht mal die Mühe, ihren Unrat zu vergraben. Selbst hier rieche ich den fauligen Gestank. Ja, dass sie sich darüber aufregen, das finde ich sogar nachvollziehbar. Ich meine, das sind sehr naturverbunden. Das sind die Orks natürlich nicht. So bewahrheiten sich die Geschichten also doch. Ihrem Treiben muss ein Halt geboten werden. Ich werde die Truppen selbst in die Schlacht führen, um ihrer Plage her zu werden. Du aber, Lofamel, Lofamel, musst den Rat aufsuchen und berichten, was wir herausgefunden haben. Verstärkungen wären zudem eine gute Idee, der wir nicht wissen, wie groß die Zahl dieser Plagegeister ist. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht liegt es an der Elfischen Arroganz, aber der Erloners scheint mir die Orks etwas zu unterschätzen, wenn er sie nur als Plagegeister nennt. Jawohl, mein Herr. Ja, okay, der Kundschafter leidet weg. Was sollen wir machen? Erloners muss überleben. Und wir haben 24 Züge übrig und wir sollen Uruga besiegen. Okay. Wir sehen an der Karte, wo er ist. Er ist hier. Äh, ja, hier ist abgehölzt. Was ist er denn? Er ist ein Orkkrieger. Okay, kein Kriegsführer. Ein Orkkrieger wie in der Einführung. Ja gut, wir haben 150 Startgeld. Wir haben 3 von 10 Siedlungen und wir haben hier eine recht große Festung. Einberufen können wir wahrscheinlich nicht. Nein. Okay, was können wir ausbilden? Ja, die meisten kennen wir. Wir kennen die Elfenkrieger. Wir kennen die Elfen Schamanen und die Elfen Bogenschützen aus den Einführungen. Und neu haben wir den Elfen Speer. Den kannten wir auch aus der letzten Kampagne, aber nur als Gegner. Nicht als Eins, nicht als Eigener. Okay, ja, ich würde sagen, ich, wie viele Plätze haben wir denn? Sechs Plätze. Dann würde ich sagen, mache ich eine Schamanen. Und, äh, zwei Bogenschützen. Die sind ja die teuersten, aber wir wissen, gerade Elfische Bogenschützen sind enorm stark. Ne, der Elfen Speer ist teurer. Und, ähm, einen Reiter. Also ein Speer kann vielleicht nützlich sein. Und dann vielleicht noch zwei Krieger. Genau. So, wie weit kannst du denn gehen? Könntest du den Dorf einnehmen? Nein. Die drei, die du einnehmen könntest, haben wir. Okay, dann werden wir jetzt erstmal speichern unseren Test. Ich, äh, weiß jetzt nicht, ob wir es fertig schaffen. Aber, wir müssen mal gucken. Wir haben halt eine verkürzte Folge nur. Mal gucken, was der Ork macht. Der ist im Moment noch alleine. Der wird halt wahrscheinlich auch gleich ausbilden. Können wir irgendwas bewegen? Ne, nur den Aerolass. Finde ich interessant, dass er im Fernkampf ein Feenfeuer besitzt. Aber wir kämpfen mit ihm ja eh nur, wenn es nicht anders geht, weil er darf nicht sterben. Okay, ja, der Ork bildet fleißig aus. Seht sie euch an. Groß, langsam, ungeschickt. Und kaum einer trägt einen Bogen in der Hand. Bleibt zwischen den Bogenbäumen, spickt sie mit Pfeilen. Und der Sieg sollte der unsere sein. Ja, kaum einer mit Bogen, aber doch welche? Was haben wir denn? Wir haben hier drei Grunzer, einen Wolfsreiter und immerhin zwei Bogenschützen. Es könnten weniger sein. Okay, wir fangen wie immer an hier mit dem Besiedeln von Dörfern. Wo ist denn unser... So. So, die Elfen Schamane darf hier gleich das erste Dorf einnehmen. Ach, auch zwei Züge. Egal. Der Elfenbogenschütze darf hier auch gleich ein Dorf. Äh, der rückt erstmal auch nur aus. Der Zweite kommt zudem gleich. Der Speer darf auf jeden Fall ein Dorf einnehmen. Und die Krieger rücken auch erstmal aus. So, wir haben im Moment plus vier. Das heißt, ich bilde noch was aus. Das heißt, ich hole mir mal noch einen Speer. Da will ich von denen allen zwei haben. Und dann... Was holen wir uns noch? Ja, die Schamane, mich weiß halt nicht. Das Problem ist... Ich meine, die ist mit dem Heil sehr stark. Das wissen wir. Aber die sind halt sehr kampfschwach. Ich nehme erstmal noch Krieger. Und Bogenschütze, glaube ich. Dann haben wir zwei Reiter. Eine Elf Schamanen. Und drei Krieger, drei Bogenschützen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So, wo du bleibst. Okay, gucken wir, was der Ork macht. Der wird wahrscheinlich gleich seine Krieger aussenden. Genau, der Volksrad nimmt ein Dorf ein. Und die anderen werden alle ausgeschickt. Und der bildet auch neu aus. Okay, wir haben jetzt hier das zweite Dorf. Die Ork-Samm ist ja ein Dorf. Aber der Grundsatz geht hier auf ein zweites zu. Okay, schauen wir mal. Erreichen wir das Dorf mit irgendwem? Mit dem würden wir auf jeden Fall das Dorf erreichen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Du kommst hier schon mal näher. Ich weiß, damit begibt er sich in Gefahr. Der Späher darf das zweite Dorf hier holen. Und wir beide rückt auch vor. Gleich ein Ork-Samm war entgegengetreten. So, alle schön vorrücken. Die Elfen-Schamanen. Wir haben jetzt sieben von zehn Dörfern. Eins hat der Ork. Und die anderen beiden sind noch neutral. Aber auf eins geht er zu. Ja, die Elfen-Schamanen können wir in dem Zug eh nicht bewegen. Okay, bilden wir was aus. Wie sieht es denn aus in der Einheiten-Übersicht? Wir haben zehn Einheiten. Und der Ork auch. Hat aber minus fünf Einkommen im Moment. Ja, ich bleibe erstmal so. Ich bilde erstmal nichts aus. Wir haben gerade einen Tag. Wir sollten gerade Vorteile haben. Schauen wir mal, was der Ork macht erstmal. Der Ork zieht gleich in die Schlacht. Der Ork hat gerade einem Bogenschützen von uns sehr wehgetan. Er hat den Bogenschützen nicht getötet. Aber dem ging es schon mal besser. Okay, wir sollten vielleicht doch was ausbilden. So, die Schamane kommt mal hier hin. Damit die alles, aber die geht hier hin. Damit die alles heilen kann. Dann der Elfenkrieger. Der stirbt halt wahrscheinlich. Das ist ein bisschen blöd. Okay, du Elfenkrieger darfst den Wolfsreiter angreifen. Im Fernkampf. Dabei er sich nicht wehren kann. Mist. Späer, du darfst den Grunzer angreifen. Auch im Bogen. Zumindest einen Treffer. Du darfst den Grunzer hoffentlich töten. Auch ein Treffer. Du gehst ins Dorf zurück. Nee, hätte ich die Schamane nicht vorschicken sollen. Na, scheiße. Du Späer darfst. Ja, greifen wir den Wolfsreiter an. Ja, wir haben zwei Treffer. Und du führst eventuell den Wolfsreiter. Das wäre nicht schlecht. Ja, sehr schön. Good job. So, Elfenkrieger, du kommst... Nee, du greifst den Org-Schützen an. Und zwar mit Schwert. Immerhin ein Schaden. Und du greifst hier noch an. Leider nicht getötet. Schade. Okay, du bleibst. Du Schamanen. Mit dir greife ich nicht an. Du bleibst da auch erst mal. Ach, scheiße. Das war der Bogenschütz. Ach, ich hatte ihn im Dorf. Darf ich dich wieder... Nee, darf ich nicht. Ja, okay. Dann greifst du an. Du wirst wahrscheinlich sterben, leider. In dem Fall im Fernkampf. Nehmen die sich nicht wirklich was. Scheiße. Ja, er war sogar im Dorf. Er ist leider gestorben. Okay, der Org hat also einen verloren. Und wir haben einen verloren, ne? Ja, wir haben beide neun Einheiten. Da wir jetzt gerade irgendwie schlecht stehen, bilde ich wieder aus. Und zwar einen Elfenkrieger. Gut, wir haben noch fünf Minuten. Eine Runde machen wir noch. Würde ich sagen. Sehr schön. Ach, jetzt hat er das Dorf besetzt. Ja, man merkt schon, dass wir jetzt auch normal spielen. Jetzt hat er das Dorf natürlich besetzt, der Ekelhafte. Man merkt schon, dass wir jetzt auch normal spielen. Der Elfenkrieger muss sich zurückziehen. Der ist mir zu schwach. Auf der Brust. Du tötest den Org hier. Hoffentlich. Und zwar im Nahkampf. Nein, töten. Töten heißt töten. Dann töte du ihn bitte. Du gehst in den Fernkampf. Obwohl, nein, du gehst ja auch in den Nahkampf. Gut, sehr schön. Ja, der muss aus dem Dorf da raus. Dann, du greifst den Org hier an. Jetzt haben die halt gerade Vorteile wegen der Nacht. Und du tötest ihn hoffentlich. Andererseits haben wir hier natürlich den Waldbonus. Und du killst den hier. Der hat nur noch vier. Sehr schön. Der ist tot. Ja, im Moment. Wir kämpfen gar nicht so schlecht. Du bleibst im Dorf zum Heilen. Und du Bogenschütze greifst hier noch an. Sehr schön. Das war eine sehr gute Runde. Elfenkrieger, du gehst raus. Du bleibst. Die Elfin Schamanen bleiben auch erst mal. Oder besetzen wir das Dorf. Weißt du was, mit der besetze ich das Dorf? Da wird es die Orgs nicht gleich kriegen. Aber da bleibt sie dann. Angreifen tue ich sie mit ihr nicht. Haben wir Geld? Nein. Haben wir im Moment nicht. Okay, wir haben noch drei Minuten. Ich mache jetzt noch eine Runde. Noch geht es ja recht schnell. Oh, im Fernkampf gerade da sind unsere Schamanen dann sehr mutig. Weil da wird euch wieder verlangsamt und es ist auch passiert. Leider ist... Leider ist von uns auch einer gestorben. Das ist ein bisschen doof. Den, den wir ins Dorf zurückgezogen haben. Ja, wie gesagt, man merkt schon, dass wir jetzt auch normal spielen. Ausbilden. Diesmal nehme ich eine Schamanin. Du greifst das Dorf hier, bevor es der Org tut und greifst von hier aus dann ihn an. Da hat er zumindest ein guter Angriff. Gut, du greifst den hier an. Ja, zumindest einmal geschadet. Elfenkrieger. Du greifst ihn auch an. Wir müssen erstmal die Org ein bisschen zurückdrängen. Leider lebt der noch damit. Und du, würde ich sagen, greifst hier an, weil da bist du näher bei deinen Freunden. Du kannst von der Heide profitieren. Weil die Schamanin heiden halt gut. Das ist ihr großer Vorteil. Und du darfst den Org töten. Wie ich hoffe. Nein, er wurde nur verletzt. Ist schlicht. Dann darfst du vielleicht den Org töten. Kommt schon. Ernsthaft. Elfen, bitte. Der Elfen bei oben bleibt hier. Die Elfen Schamanen. Ja, mit der greif ich mal an. Ähm. Und zwar mit dem Stab. Die Verlangsam brauchen wir ja gerade nicht. Ach, nichts trifft. Kannst du ihn vielleicht? Nein, du kannst ihn nicht angreifen. Du kannst aber den hier angreifen. Ja, so wie der hat zumindest dreimal getroffen. Okay, dann werden wir jetzt unter Let's Play speichern und aufhören. Beim nächsten Mal werden wir hoffentlich mit den Elfen besser kämpfen. Irgendwie sind die Elfen gerade ziemlich schwach, finde ich. Kommt vielleicht davon, weil wir jetzt auf mittlerem Schwierigkeitsgrad spielen. Oder vielleicht kommt's einfach daher, weil die Elfen halt nicht ganz so robust sind wie Menschen. Weil die Orks sind halt schon schwere Gegner. Das kann man nicht anders sagen. Ja, beim nächsten Mal schaffen wir diesen Orkkrieger hoffentlich. Es sieht, ich meine, der Krieg sieht nicht schlecht aus. Wir haben die meisten Dörfer und so viele Elfen haben wir jetzt nicht verloren. Aber wie gesagt, mir kamen die Elfen gerade ein bisschen schwach auf der Brust vor. Na gut, wir sehen uns heute noch zumindest zwei Folgen, eventuell mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu denen dann wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.